Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Collades. Oh Gott, bin ich dumm. Jetzt wäre ich beinahe in den Abgrund gelaufen. Hier flattert auch nichts mehr. Also da scheint das gewesen zu sein, was wir gehört haben. Ich gehe einfach mal den Weg jetzt hier auch weiter. Das ist ein Gebäude? Ist das wie eine Kirche oder so, ne? Soll ich da hingehen? Soll ich da nicht hingehen? Seht ihr, das meine ich. Jetzt kommt die Situation nämlich nochmal. Ich habe eigentlich keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ich habe es gesehen. Das kommt mir nach. Äh. Wohin? Was ist das? Ist das auch so ein Ding? Das ist auch so ein Ding. Okay. Los, hoch da. Wow. Nein, nein danke. Nein, hier lang und hier hoch. Er scheint ja generell langsam zu laufen und ich hoffe, dass der andere jetzt hier oben weg ist und mir nicht genau entgegenkommt. Und der macht auch diese Fußspuren. Ich weiß jetzt nicht, ob die Lichtgestalten auch die Fußspuren machen. Bin ich überhaupt noch auf dem Weg von vorher? Was? Ja, dort ist die Kirche. Okay. Dann gehen wir nochmal zurück. Wir versuchen dem nicht in die Arme zu laufen. Die gehen also Patrouille. Alles klar. Ich hoffe, dass wir denen ausweichen können. Punkt. Wow. Meine Güte. Was machen wir denn jetzt? Der verschwindet dann wieder. Okay. Auf der Karte ist diese Kirche aber auch nicht eingezeichnet oder irgendwie sowas. Die geht jetzt nicht da oben lang, sondern auch nicht da unten, sondern wir drehen uns gerade... Ah, jetzt verschwinden unsere Spuren. Der kommt auch immer, ne? Wow. Yep. Da ist er sogar ein Stückchen näher gewesen. Okay. Okay. Der Plan ist also kacke. Wo ist denn die Stelle, wo wir die Kirche gesehen haben? Können wir da an der Seite einfach dreist runterspringen? Komme ich hier hoch? Nein. Komme ich hier irgendwie hoch? Nein. Ich kann den ja auch nicht umlaufen. Oder muss ich ihn... Muss ich ihn weglocken? Aber das hilft ja auch nichts wirklich, oder? Überlebe ich das? Nein. Offensichtlich nicht. Okay, das ist echt knifflig, ne? Und mir tut echt meinen Rücken weh. So, hier komme ich auch nicht runter. Da ist dieses Turmgedöns. Habe ich denn hier drüben... Ja, hier habe ich noch einen alternativen Weg, oder? Führt der nur vor eine Wand? Er führt nur vor eine Wand. Na gut. Aber hier sind diese Pfähle. Stehen ja wirklich nirgendwo Koordinaten dran. Ne. War aber im Wald auch so ein Typ, der rumgelaufen ist und ich habe ihn nicht gesehen. Hier sind halt Stimmen, aber... Hat das Glockenläuten auch irgendwas? Zu bedeuten, so Silent Hill mäßig, dass sie dann geschützt sind an verschiedenen Orten, wie im Wald und in der Kirche? Okay, das ist die Schneise. Oh, Entschuldigung. Da hat meine Maus anscheinend den Grip verloren. Okay. 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 Kann ich sie jetzt umgehen oder nicht? Lauf, lauf, lauf! Warum sind die hier überall auf einmal? Dahinten sind die Spuren. Okay, okay, okay. Vielleicht sind diese Orte auch nicht so reichen wie die Kirche und der Wald. Weil man dann stirbt. Kann das sein? Oh, da ist was. Bisschen fixer nur laufen, dass es uns nicht genau bekommt. Trotz umdrehen. Es ist hinter uns. Vielleicht noch ein Stück fixer laufen. Reicht? Oh, Scheiße. Da steht's, ne? Ich kann es nicht richtig ranzoomen. Okay, das ist offensichtlich eine Sackgasse. Wenn ich jetzt auf die Map gucke, macht's ja Licht an. Habe ich mich jetzt hier in der Enge manövriert oder was? Er kommt dann aber auch sofort hierher. Das habe ich jetzt halt nichts davon, weil ich ihn... Okay, jetzt geht er wieder weg wahrscheinlich, ne? Machen wir mal den Sichtkontakt weg. Ja, na klasse. Jetzt dreh dich mal um. Wann mal, ich dreh mich um. Vielleicht ist es das. Schneise. Oh, ich bin hilflos. Jetzt steht er da. Was mach ich denn jetzt? Wir gehen mal hier in die Ecke. Ich befürchte fast, wir müssen uns töten lassen. Ähm, das sind alles offensichtlich dicke Monumente, wovon eins wahrscheinlich die Kirche sein wird. Hier war nichts. Das sind die Artikel nur, die Berichte. Tagebuch, Logbuch. Das haben wir... Ne, sei ruhig. Das haben wir schon alles angeguckt. Ich fahre... Er geht! Oder? Kommt er her? Nee, er geht, oder? Seine Schritte erlöschen. Ich bleib doch jetzt hier nicht 10 Minuten stehen. Ich komm aber auch nicht hier hoch oder so. Das ist halt auch ein bisschen blöd, dass das gar nicht klettermäßig hier funktioniert. Jetzt kommt er wieder her, oder? Jetzt geht er wieder zurück. Aber er kommt schon deutlich näher als vorher. Aber anscheinend ist es so ein... Ich glaub, wir haben keine andere Wahl, als uns jetzt erstmal töten zu lassen. Was? Vorbei! 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 Das ging! Ah! Ah! Lauf, bitte! Ich hätte... Ich hätte vielleicht nicht so früh anfangen sollen zu rennen, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt. Aber wir sehen, wir können außen rum rennen anscheinend. Müssen sie nur ein bisschen irgendwie auf eine gewisse Bahn locken. Und dann können wir außen lang oder so. Also... Das kann ich ja mal bei dem Kirchenhaini jetzt versuchen. Obwohl die Bahnen halt alle recht eng gestrickt sind. Das ist echt ein bisschen doof gemacht. So... Jetzt kommt bestimmt gleich die Kirchen-Szene. Genau. So, hier müsste er ja gleich kommen, ne? Ich komme ja auch nicht hoch, um irgendwie außen rum zu laufen oder sowas. Hä? Was? Wieso ging das jetzt? Und er... Oh, da ist er. So ein bisschen normal laufen. Schneller, 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 schneller. Schneller rennen. Schneller rennen. Wir schaffen das. Ausruhen. Schneller rennen. Komm schon. Ein bisschen noch. Super, 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 super. Da hat ein Zettel geflattert. Ich habe es gehört. Nee, ist gerade nur wichtiger. Okay. Dass wir wegkommen, wollte ich sagen. Okay, wo kann hier was flattern? Das klingt hier nach rechts irgendwo. Ich würde behaupten, hier war doch gar keine... Da oben kann man hin, oder? Hier ist doch gar keine andere Gardelung. Hier ist doch gar keine andere Gardelung. Hier? Also hier ist irgendwo was. Wahrscheinlich ganz oben. Okay. Wird gespeichert. Siversk ist eine geschlossene Stadt in der Oblast Tomsk, Russland. 15 Kilometer nordwestlich von Tomsk am rechten Ufer der Tom gelegen. Sie befindet sich in den Händen von Rosatom, Russlands föderaler Agentur für Atomenergie. Die Stadt wurde 1949 gegründet und trug früher den Namen Piatye Pochtovye. Postfach Nummer 5. 1956 erhielt der Ort das Stadtrecht. Die Stadt verfügt über mehrere Kernreaktoren und Chemiewerke zur Trennung, Anreicherung und Wiederaufbereitung von Uran und Plutonium. Sitz der russischen Forschungseinheit für Naturphänomene bis 1991 sowjetische Forschungseinheit. Die eine konzentriert sich auf die Erforschung von Naturkatastrophen in Russland. Okay. Hier sind wieder diese Dinge. Mein Tamer sagt, ich soll aufhören. Ich wollte aber jetzt mal schnell gucken, wo wir sind. Sind wir da unten? Oder da? Ich weiß es nicht. Aber wir sind auf jeden Fall komplett irgendwo anders. Und wir haben noch nichts von den Koordinaten gefunden. Also ich nehme zumindest an, dass wir das finden sollen. Aber liebe Leute, bevor jetzt hier ein Monster kommt und mich tötet, obwohl das gerade nicht so schlimm ist, weil wir gespeichert haben, machen wir jetzt hier eine kleine Aufnahmepause und legen in der nächsten Episode einfach wieder los, wenn es heißt Let's Play Kolat. Bis dann. Tschüss.